So sorry für den Cut meine Freunde Es geht ja direkt weiter Die Gameball los! Tut's los! Chris? Ah, Chris! Ja? Sorry, ich dachte ich hab mich schon end-buttet und hab so gesagt, ja jetzt geht es weiter Ich bin einfach weitergelaufen Okay, ent-buttet hast du dich auf jeden Fall nicht Ich probiert So, Munition Also geht der Part jetzt schon weiter Ja, ja, der geht schon weiter Wow, ne Und zwar das stark kontaminierte Zeug Denk mir schon, warum Saktor nicht? So kann ich auch nicht mal los Scharfschütze da oben für dich Ja, ich bin schon dabei Komm schon einmal noch, yes, yes, down Komm schon Oh, der fliegt, ey Alter, das hab ich nicht gesehen Da ist die Scharfschütze wieder Ah, okay Ah, ok Jo Oha Ah, da oben ist ein Boss-Scharfschütze Jo Ich hab's gesehen Nein! Ach! Ich muss den Package Komm schon! Was ist das? Belieber! Belieber! Oh! 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 Du musst mal weg hier! Und heil dich da ganz sicher heil mit V oder halt mit deiner Taste! Deine Taste! Alter! Junge! Wie weit kommen die mit dir in Gasgranaten bitte? Gute Frage! Gute Frage! Alter Falter! Jaja! Einer geht aus ihrem Team ist getroffen und gehört Unterstützung! Geh weg da! Ja! Die Granaten! Die sind echt nicht schön! Die sind echt nicht schön! Aufpassen! Das kann mal die Gegend durch, dass sie nicht hinter uns kommen! Ja! Guck doch mal! Geh weg! Alter! Ich treffe einfach nicht! Alter! Der... Der Scharfschütze geht mir dezentig am Sack! Ja! Ja! Ich schieße nicht schon so schnell relativ! Ah! Der hat dir keine Rüstung! Ja! Super! Das läuft schon! Ich habe mich gerade abgeschossen! Ja! Ja! Sehr gut! Ich wusste doch, dass Scharfschütze in diesem Spiel meine Aufgabe ist! Eine Mission! Warte! Vorher noch Farmen! Ja! Warte Helikopter! Ich... Ich... Ich kann mir noch schnell mein Zeug auf! Oh! Schaut jetzt nicht so geil aus, was ich bekomme! Ah! Für mich ist es ganz okay! Gibt es hier noch irgendwo etwas Verstecktes? Nö! Dann gebe ich das Zeug mal ab! Wow! Wegen diesen kleinen Ding! Lighthouse hier! Bluebird 2! Paket erhalten! Kehren zur Basis zurück! Bluebird 2! Ende! Hätte ich auch zu Fuß machen können! Brotus Devil 15 erreicht! Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren! Waffen Talente! Okay! Ja! Habe ich auch gerade bekommen! Begegneter Arbeit Agent! Alles klar! Ich bin Level 15! So, jetzt schaue ich mir mal die Waffen an hier! Oh, die macht weniger Damage bei mir, auch wenn sie blau ist! Mal gucken! Leichtes Maschinengewehr! Aber die kann ich eh nicht hernehmen, weil sie spezialisiert ist auf Angriff und nicht auf Ausdauer! Oh, ich habe da eine Schrotflinte bekommen! Ist aber viel schlechter! Oh, die Rüstung ist gut! Okay! Amherz Notizen ändern eindeutig alles! Was für ein Arschlach! Ich wusste immer, dass das ein übler Kerl ist! Ich habe den Bericht hochgeladen! Sehen Sie selbst! Ich gehe eigentlich primär auf Angriff eigentlich! Natürlich! Oh, Scharfschütze sowieso, weil du bist eh meistens weiter weg! Ja! Und noch Fertigkeitsstärke! Fertigkeitenstärke! So! Wegen der Granate! Da ist noch etwas versteckt eventuell! Da müssen wir ja auch hin! Hä? Virusfortschritt glaube ich! Beweis verfügbar! Nö, da ist nichts versteckt! Okay, dann gehen wir mal weiter! Das ist sie vorbei! So! Wieder am Anfang und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Ich sage immer, danke fürs Zusehen! Ciao Leute! Ciao!